runter ja was denn hey wolltest du mich gerade runter schubsen nein ja ich komme ja mit aber du musst vorgehen geh vor weil ich sonst stolpere wenn du hinter mir doch lass mich ausreden ich stolpere doch sonst die treppe runter du läufst mir dann immer zwischen die beine weißt du und dann falle ich hin ich gehe jetzt vor aber weh du versuchst mich umzubringen komm jetzt ich wusste es kann es auch nicht hinter mir gehen naja wartet schon auf der treppe vor der treppe meine ich so frühstückszeit ja ja